Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Einfall. Da rein. Auf geht's. Wieder eine? Auf mit dem Scheißding. Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Und das ist bei einer. Was ist das? 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 Das könnte das? Was ist 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 das?